Evil Knievel 4, der nächste Part. Hallo Leute, schön, dass ihr wieder da seid. In der Burg geht es weiter. Zuletzt haben wir... Was? Geht gleich wieder Punk ab, ne? Letzten Part hatten wir keine Gegnerhorden, sondern nur den blinden Kompanion, der seine Augen zugenäht bekam. Ein bisschen Rätselspaß. Und, oh mein Gott, hat das schon passiert? Ein bisschen Rätselspaß und ein bisschen über Kronleuchter gesprungen. Solche Sachen. Wir haben einfach die Burg genossen. Parasiten und ihre Ökologie Band 2. Einige Parasiten haben die Fähigkeit, ihren Wirt zu beherrschen. Unter Biologen ist dies bekannt, aber man weiß nicht, wie die Parasiten es tun. Super eklig, ne? Es folgt eine Liste einiger solcher Parasiten. Dichrocoelium. Sind die Parasitenlarven ins Nervensystem der Ameise gewandert, verändern sie deren Verhalten. Sobald es abends kühler wird, zur Zeit, wenn das Vieh grast, klettert die infizierte Ameise an einer Pflanze empor und beißt sich dort fest. Man könnte meinen, der Parasit manipuliere den Wirt, um in den Körper des Endwirts zu gelangen. Jaja, das machen die dann absichtlich. Die steuern die Ameise und dann kommt der Parasit in die Kuh. Aber ich frage mich in dem konkreten Falle, was passiert darauf hin? Ja, steht auch nicht da. Der Parasit übernimmt ja nicht die Kontrolle über die Kuh in dem Fall. Entwickelt er sich weiter, aber die Kuh wird davon krank. Oder wie ist denn das? Weiß es jemand? Ich finde diese Sachen so widerlich. Trematodeen. Die Larven dieses Parasiten nisten sich im Hirn bestimmter Fischarten ein. Die infizierten Fische schwimmen daraufhin in die Wasseroberfläche, wo sie verbleiben, bis sie von Meeresvögeln gefressen werden. Das ist halt so dumm. Stell dir vor, du bist so ein Fisch. Und denkst dir so, oh shit, was mache ich hier gerade? Leukochloridium. Die Sporozysten dieses Parasiten entwickeln sich in den Fühlern der Schnecke, wo sie wie Würmer pulsieren. Sie verändern das Verhalten der Schnecke und zwingen sie dazu, auf die Vorderseite eines Platzes zu kriechen, wo sie gut von Vögeln gesehen werden kann. Sobald er vom Vogel gefressen wurde, erreicht der Parasit sein adultes Stadium. Und die Schnecke kriegt das mit, oder was? Die hat auch ein Gefühl dafür, was Gefahr ist und was nicht. Ja, und ich weiß schon, an Resident Evil, wenn man sich das weiterdenkt, passiert das mit den Menschen. Verrückt, verrückt. Keine Chance. Alles klar, da geht's nicht weiter. Da ist noch ein Schatz, da kommen wir aber so nicht hin. Gut. Dann... Dann müssen wir mal. Es geht wieder zur Sache. Und wir haben nichts zu lachen. Oh ja. Es sieht aus wie Blut. Soll das Blut darstellen? Diese Räumlichkeiten, die durften auf keinen Fall fehlen, nicht wahr? Huch, huch, huch. Ich dachte schon, wolltet ihr nicht was? Alter, ist wie eine Stealth-Passage dann. Kann man auch zum Vorteil nutzen. Hilfe! Irgendjemand schießt. Von da oben. Gut, es verbrät die Messer, aber es ist trotzdem so eine ganz gute Attacke eigentlich. Weiß ich, zu spät, wa? Immer so mal bestreben, so durch das Schild zu schießen. Alter, ist das schnell. Hä? Alter, letzte Sekunde, oder? Fuck. Aber wie lässt sich das auf den Menschen übertragen mit dieser Assoziation, wisst ihr? Was macht der Mensch? Ich meine, der ist ja das, das, das... Wir sind ja keine Ameise oder kein Fisch, die in einen Vogel oder so rein möchte, wisst ihr? Wenn man so auf diese Parallele runter bricht. Die wollen ja immer weiter, die wollen ja immer bessere Würte. Oder geben sie Parasiten irgendwann zufrieden mit dem, was sie haben. Ich sehe da ein Parasit gar nicht hin. Ich höre noch Stimmen, aber ich sehe nichts. Hey, Ashley, du musst mal ein bisschen besser aufpassen. Ich fand das gar nicht so geil von dir gerade. Ich habe einige Schuss mit der Sniper. Ich glaube, der ganz Große. Der auch. Ich glaube, da hat man eine Blendgranate fällig. Der hat einen Schädel. Der ist geschützt. Ich komme mit jetzt. Das wird laut. Puh, ich sehe was. Ich weiß nicht mal, wo Ashley ist, aber... Ging ja gut. Okay, den gebe ich dir. Für so ein Zeilen, was nehme ich denn? Ja, in der Situation war die Blendgranate eine feine Sache. Aber ich habe nicht so viel davon. Ich sollte, wenn, dann welcher craften. Warte, ich gucke direkt mal. Ja, ja, die brauchen wir wohl. Entfern dich. Ja, komm. Okay. Was auch das jetzt. Ich komme jetzt wieder hoch. Liegt da noch Muni? Das ist gut. Sehr atmosphärisch, ne? Also ich bin jetzt auch mittendrin, statt nur dabei. Wer baut solche Mechanismen? Wow, wow, wow. Wer baut solche Mechanismen? Hä, kommt der runter? Ich soll erst mal hier gucken. Ah, fuck. Dann hat er kein Wunder, dass er es nicht schaffen kann. Geht's dir gut? Ja. Ja, die Animation sind aber auch kurz safe, ne? Scheiße. Was war? Ach, der war das. Hilfe! Ich bin jetzt beim Rauben wechseln. Boah, der braucht aber lang. Hilfe! Okay, das ist... Okay, das ist... Hauptsache, wir haben uns nochmal hingebogen. Wollen wir kurz mal saveen, wenn wir schon hier sind? Warte. Geht's? Ja, alles okay. Besser ist. Oder? Besser ist. Entfern dich. Komm. Ja. So ein Spanner oder so? Ich glaube, es ist sogar weiblich gewesen. Egal. 1000 Visiten. Also Blendgranaten oder das? Mit der Pistole dauert es ewig. Pistole ist Munitionsverschwendung, glaube ich. Wegen dieses riesigen Wopper. Haben die mich ganz schön zurückgedrängt, ne? Aber dafür... Fuck. Ich glaube, ich bin voll auf dem Präsentierteller. Moment. Geht doch. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Da ist ein altes Fischgesicht. Ich glaube, wir haben es. Im Augenblick. Wollte gerade sagen. Das sind jetzt noch ganz andere Sachen, glaube ich. Das ist tatsächlich dem Original sehr... ...getreu. Nicht nur die Mechaniken, die Mechanismen, sondern auch diese Balkone. Es ist ja dafür ausgerechnet, hier Sniper aufzustellen. Es ist ja... Der Burgherr, der Ersteller, der Erbauer, der Architekt. Ist mir schon was dabei gedacht, ne? Vermutlich ist die Burg nicht mal alt. Sondern es ist einfach nur retro gebaut worden. Ja, das würde einiges erklären. Die Messer gehen mir zur Neige, weil ich gerade so oft... ...den Verfolger niederstechen musste. Ja, ja. Ashley macht sich jetzt nützlich. Gerade kommt noch keiner. Aber das wird gleich. Keine Wange. Dauert auch ewig. Dann tu's. So, wir müssen sie eskortieren, aber selbst auch sicher bleiben. Viel im Auge behalten hier. Gut. Danke, Mann. Ah ja, ist übel so langsam von der Energie her. Hm, tja. Lassen wir uns mal nicht lumpen. Warte, ich helf dir! Shit. Noch wer? Das ist übel, aber macht noch Spaß. Es ist halt nicht mehr die optimale Waffe für die Schildfuzzis. Weil die immer die Helme aufhaben. Weil die immer die Helme aufhaben. Wie bitte? Langsam habe ich genug. Also, mit Munition macht es mehr Spaß. Die war mir dann doch ein bisschen begrenzt. Deswegen muss es jetzt die Pistole regeln, aber... Selbst die ist fast leer. Fast schon schade. Ich muss den ganzen Looter oben liegen lassen, oder? Ich komme da nicht hin. Ich hätte es ja mal einsammeln können. Fuck. Das hat sich nicht gelohnt. Ja, vielleicht doch. Oh Señor, somos tu Martillo, que los vivos reciban tu juicio. Nicht umsonst liegt jetzt hier Schießpulver. Wir sollen craften. Wir haben zwei davon, zwei davon, Flinte, Gewehr, tja. War halt nötig, ne, war halt nötig. Trauen wir dem Weg. Aber geile Passage. Grünes Kraut, ja auch Heilung, ne? Wir haben zwei Kräuter im Angebot, aber sonst... Leute, der Garten. Nur die Harten kommen in den Garten. Rot. Mach das wenigstens schon mal. Gelbe Kräuter sind nicht mehr in, wisst ihr. Das war voll Dorfabschnitt. Was ist denn hier Phase? Ach, der liegt noch. Dann nehm ich die mit. Auch wenn's nur Peseten sind. Oder kann ich die nicht einsammeln? Doch, schon. Anscheinend schon. Ne, da ist wohl... Wir haben auch gar nicht so krass geschimmert. Also optisch beeindruckend. Wunderschönes Spiel. Wie sieht's eigentlich mit dem Messer aus? Ich dachte, ich hätte es aufgebraucht. Aber dann kam dieses andere, stärkere Messer, was wir dazubekommen haben. Oder wie ist es? Ach so. Direkt daneben. Ist das ne gute Idee? Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Muss einen Grund geben. War der Grund nur, dass wir ihren Huster sehen, oder was? Ich verwandle mich nur gerade in so einen krassen Parasiten. Aber die reißt sich zusammen, ne? Ich glaub, wir sind richtig. Alles okay? Glaub schon. Statt sich um sie zu sorgen, sorg dich lieber um dich selbst. Törichtes Schaf. Zügele dich, Kind. Ashley. Warte! Shit. Jawoll! Okay, okay, okay. So in der Form hatten wir das früher nicht. Das ist krass umgesetzt. Das ist cool. Hier endet das Kapitel. Wenn hier das Kapitel endet, dann... Endet hier auch der Part. Und wir machen einen frischen Start. Das nächste Mal. Wieder allein unterwegs. Anscheinend. Schaltet wieder ein. Würde mich sehr freuen. Und... Sorry, dass ich jetzt ein bisschen weniger kommentiert habe. Ich musste halt ein bisschen mich konzentrieren und spielen dabei. Muss an allen Ecken und Enden gucken. Aber... Haut rein und bis zum nächsten Part. Bis dann und ciao! Wauw!